Hallo und herzlich willkommen hier im neuen Video. Mein Name ist Christopher Barz und ich zeige euch heute das Multi-Rabatt-Tool von eBay im Zusammenhang mit der Marketing-Möglichkeit. Also, bis gleich. So, wir sind jetzt hier in unserem eBay-Shop. Ich habe schon mal dann das Menü Marketing aufgerufen. Wir kommen hier dann entsprechend auf diese Übersicht, wo man alles verwalten kann. Seinen Shop und so weiter, seine Übersichten sieht, seine Verkäufe sieht und ich möchte jetzt auf der linken Seite eine Verkaufsaktion planen, klicke dort drauf und bekomme dann nochmal zu den Verkaufsaktionen nochmal eine genauere Übersicht pro Tag, was wie oft gelaufen ist und sehe unten drunter natürlich, welche Aktionen ich jetzt hier gestartet habe. Ich möchte jetzt nochmal in Kurzform zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, ein neues Tool hier zu öffnen und zwar den Multi-Rabatt auf der linken Seite hier. Dann öffnet sich das Ganze. Man sagt erstmal, wie man dieses ganze Angebot nennt. Test-Angebot, Multi-Rabatt. Zum Beispiel möchten wir jetzt ein Spielzeug promoten, Gabelstapler oder sagen wir mal Spielzeug allgemein und geben jetzt hier einen Rabatt. Es fängt jetzt an mit 1%, 2, 3, 4 bis hoch zu 80%. Kann man dann entsprechend kalkulieren. Das müsst ihr dann selber auch tun. Wir haben dafür ein extra Tool geschrieben, was wir auch benutzen. Aber das Ganze muss dann eben kalkuliert werden. Wir testen das jetzt mal. Also wenn der Kunde mehr als ein Produkt kauft, also zwei Artikel, bekommt er 1% Rabatt. Wenn er drei Artikel kauft, bekommt er 2% Rabatt. Und wenn er vier kauft, bekommt er entsprechend 3% Rabatt. So, dann kann man sagen, von wann bis wann man das planen möchte. Man kann das jetzt sofort starten und dann bis ganz weit in der Zukunft planen. Oder man kann eben auch Saison- oder Aktionssachen starten, wie Weihnachten, Ostern, Halloween oder Fasching und so weiter. Dass man das dann auslaufen lässt. Was man da zu beachten hat, wegen den Fristen und wann die Kunden am besten wie bestellen, zeige ich dann auch mal in einem anderen Video und auch zu gewissen anderen Details. Jetzt wollen wir uns aber erstmal konzentrieren auf den Multi-Rabatt. Und ich gehe jetzt erstmal einen Warenbestand hinzufügen und möchte jetzt auswählen. Entweder möchte ich nach einer Regel erstellen und sagen, okay, diese Regel besagt, ich möchte jetzt zum Beispiel nur in der Kategorie Baby was haben. Und der zeigt mir dann entsprechend alle Artikel aus der Kategorie Baby. Man kann auch noch einen Filter hinzufügen. Ist jetzt aber für uns erstmal unwichtig, weil wir wollen jetzt nicht in diesem Segment einstellen. Wir wollen Artikel auswählen können. Entweder Artikel auswählen mit dem gesamten Warenbestand, was man hier machen kann. Dann kann man entsprechend sagen, okay, man möchte den gesamten Warenbestand promoten. Oder man sagt, man möchte jetzt eine Shop-Kategorie oder eine eBay-Kategorie promoten. Kann aber auch sagen, wenn man das nicht möchte und nicht so viele Artikel promoten will, geht man einfach hier unten drunter auf diesen Link. Ich möchte die einzelnen Bestandseinheiten oder Artikelnummern eingeben. Das ist die erweiterte Funktion, die wir nutzen und möchte jetzt wirklich nur einen Artikel promoten. Die Bestandseinheit, die könnt ihr unter der Artikelverwaltung hier unter den Angebot, aktive Angebote einsehen. Die Bestandseinheiten, wie die jetzt hier reinkommen, passiert eigentlich über eine Warenwirtschaft oder eben über euer System, das ihr eben vorgebt. Ihr sagt eben eBay, okay, das ist meine Bestandseinheit und die Bestandseinheit ist eigentlich eure Artikelnummer in der ERP, in der WAVI. Wir selber benutzen die JTL und ja, da erkläre ich auch einiges. Aber wie gesagt, hier erstmal nur zum Multirabatt und wo ihr die Bestandseinheit herbekommt, die bekommt ihr entweder hierher oder aus eurer Warenwirtschaft. Wir benutzen, wie gesagt, diese Warenwirtschaft hier. Und gesagt ist noch dazu, ich habe jetzt das gerade getestet, Artikel mit Varianten geht das Multirabatt-Tool noch nicht aus irgendwelchen Gründen. Da mache ich auch nochmal ein Video zu, um das vielleicht zu erforschen. Aber heute geht es eigentlich um Artikel, die keine Varianten haben, sondern wirklich nur einzelne Artikel sind und wo es keine Milliliter-Angaben gibt oder solche Angaben für Verbraucher, wo man gewisse Sachen einhalten muss und eventuell abmahnfähig wäre. Deswegen machen wir hier ein einzelnes Produkt. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal den Kipper hier raus. Der Kipper ist jetzt hier eingestellt. Ich nehme jetzt mir die Artikelnummer von mir aus der Warenwirtschaft. Das ist exakt die. Die Artikelnummer, zack, das ist der LKW, der Kipplaster und gehe dann wieder zurück in meine Aktion. Zack und füge die hier ein. Die kann man entweder mit Komma getrennt schreiben oder man kann sie auch untereinander schreiben. Damit wir da nochmal einen besseren Überblick haben, nehme ich nochmal den Artikel dazu. Das ist der Gabelstapler. Da ist auch unsere Artikelnummer enthalten. Die schreiben wir jetzt untereinander und sagen zum Aktionsangebot hinzufügen. Zack. So, jetzt sind die beiden hier drin. Die können wir auch wieder entfernen. Jetzt zeige ich das nochmal mit Komma. Mit Komma sollte das genauso gut funktionieren. Den Kipplaster noch hinzufügen. Genau, den Kipplaster hinzufügen. Zack. Mit Komma. Genau, das geht beides. Untereinander und mit Komma. So, jetzt sieht man hier alles. Man kann das auch wieder entfernen. Man sieht die Artikelüberschrift. Man sieht die Bestandsanheit. Die eBay-Artikelnummer. Das Bild. Seinen Preis. Und ob es einen Preisvorschlag gibt auf dieses Produkt. Der Versand. Die Verfügbarkeit. Verkauft. Aufrufe. Beobachter. Tage auf der Seite. Und Enddatum. So. Wir wollen das Ganze jetzt mal speichern und prüfen. So weit hat das gut funktioniert. Er hat es gespeichert. Es sind zwei Artikel ausgewählt. Und wir sagen jetzt mal Start. Zack. Und hier unten drunter sieht man sofort, das Angebot ist auf jeden Fall aktiv. Und wir können uns jetzt die Artikel auch mal anschauen. Und zwar habe ich den ja noch geöffnet hier. Hier oben wird jetzt gleich, wenn ich aktualisiere, der Multi-Rabatt angezeigt. Genauso auch in dem anderen Angebot. Hier der Multi-Rabatt wird angezeigt. Das kann man natürlich auch wieder entfernen. Je nachdem, was man dann machen möchte. Und ja, das kann der Kunde dann hier schön auswählen. Möchte ich einen, dann bezeichne ich den Standardpreis. Möchte ich zwei, dann habe ich diesen Rabatt. Möchte ich drei Stück, vier Stück und so weiter. Dann bekommt der Kunde eben automatisch hier die Stückzahl eingestellt und den Rabatt. Und kann das ganz bequem kaufen. Ja, das war es soweit zu der Multi-Rabatt-Aktion von Ebay über die Marketing-Tools. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ich würde mich wirklich super freuen darüber. Und abonniert den Kanal, damit ihr immer auf den Laufenden seid. Hier werden viele Videos erscheinen über Marketing, über den Verkauf. Wie arbeite ich mit Ebay, Amazon? Wie arbeite ich auch mit einer ERP-Software? Und vielleicht, wie kann ich dann auch mit einer eigenen Software arbeiten? Und das zeigen wir eben hier alles. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank, dass du zugeschaut hast und bis bald. Dein Christopher. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.